in meinung einmal vollheilen speichern sicherheitshalber und dann nochmal hier ins gespräch das können wir jetzt überspringen hatten wir schon mal ok ok so was hat er am anfang als schwächen gehabt ich habe da waren messer, ne, Messer waren mit dabei äh, Schwerter waren mit dabei finde meine Wiesel waren mit dabei ok und schiebe nicht zu äh komm Analyse hm Stimmt Alter Ich bin bereit äh Frage ist, will ich jetzt schon den Break erreichen ja ja will ich gehen will ich an sich so schnell wie möglich haben so ok 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 so Frage ist jetzt Frage ist jetzt Frage ist jetzt, wie machen wir es am dümmsten ich will mir eigentlich meinen Boost noch aufheben so gut es geht so gut es geht ähm hm hmm hm ich bin mir unsicher ich bin mir unsicher wie ich hier weiter vorgehen will Okay, du mischst mal bitte eine Heilung zusammen. Okay. Ich brauche ein bisschen extra Schaden, finde ich gut. Ich verändere seine Verteidigung. Okay. Gut. Jetzt haben wir hier Stäbe. Was wir schon mal gut nutzen können. Ähm. Jetzt habe ich gedacht, nee. Was waren hier noch? Ich glaube, Feuer war noch. Ich glaube, hier hat er noch Feuer als Schwäche gehabt. Gut, ich bin sowieso erstmal als nächstes dran. Messer? Ja, gut. Das wusste ich auch so, danke. Licht? Stimmt. So, erstmal, ne? Gut, gut. Ähm. The Lion Dance. Ja, ha, nicht. So. Ja, das war doch nett. Finde ich. Mal so. Okay. Okay. Ich hab' immer normal an. So, du mischst bitte noch mal ne Heilung. So, du gibst dann noch mal erste Hilfe für Chester. So. Gut. What next? Oh, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Äh. Quatsch. Was sind wir hier? Okay. Ich hab' ja noch den Waldrad King. Hab' ich gerade ein bisschen vergessen. Naja. So. Okay. Nichts, was wir schon rausgefunden haben. Das heißt, nichts von dem hier. Äh, Wind ihm entspricht auch nicht. Feuer hat man noch nicht. Nee. Gut. Hm. Äh. Later. Steck mal bitte gleich alle Schwächen auf. Okay. 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 Das kann man machen. Ich glaube, wir machen mal einen Faunengang für Eifeln. Das ist aber kein allzu großes Problem. so leben wir die beiden wieder sehr schön wobei eigentlich nicht schön ich nehme es trotzdem so mamucha peil mal bitte danke so primrose 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 was machen wir denn jetzt hier mit dir einfach mal angreifen einfach mal ganz regulär angreifen so und dann stecken wir hier mal die eiszapfen so physische verteidigung hast du nicht mehr zumindest nicht mehr viel ähm ja draufhauen sehr gut ah ok ich sehe gerade das wird random durchgewürfelt wie es aussieht ok ok so analyse mal bitte hier 40.000 hat er noch und da haben wir das feuer ok schade ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit ok dann machen wir zu schleunersperr das macht mir grad mal gar nicht gefallen ähm ähm so und so ich hoffe das passt k jetzt ich bin bereit ich bin bereit das ist nicht Dann mache ich es mal so. Sehr schön. Nice. Honey, wunderbar ausgeglichen. Perfekt. Okay. Okay. So, damit hätten wir hier mal wieder einen Break. Und wir haben jetzt zwei Runden Zeit, ihm Schaden zu machen. Okay. Spare mir die Bustpunkte noch auf für den nächsten Mal. Das geht sehr gut. Nicht den Schlag. Leider nicht schade. Okay. Beziehungsweise ich spare mich für diese Runde auf. Ist ja Unsinn. Nee, ist es nicht. Moment. Moment, Moment, Moment. Funktioniert das Tellereisen auf Bosse? Ich bin mir gerade unsicher. Beziehungsweise funktioniert das auch, wenn der Gegner gerade aus dem Break rauskommt. Weil dann ist er eigentlich immer zuerst dran. Ja, ich komme nicht mal mit dem Verteidigen vor ihm. Aber wir können hier noch eine Rollensäure auf den Kitten. Das ist, glaube ich, eine ganz nette Idee. So, dann schauen wir doch mal Tellereisen. Ich würde ihn nicht anders positionieren. Okay, dann lassen wir das mal. Und treffen stattdessen. Wobei ich hätte, ich hätte heilen können. Nein. Jetzt bin Alphen heil ich auf jeden Fall. Ich bin Tressa. Oh, cool. Nice. Gefällt mir. So, Prim, du bist jetzt auch geheilt. Okay. Er ist dran. Er wird dann keine Beteiligung wieder ändern. Also seine Schwäche. Gut. Okay, okay. Das ist gerade nicht wirklich problematisch. So, dann mischen wir hier mal was Schönes zusammen. So, sehr schön. Komm in, wenn du daierst. Ja, ähm. Ich werde auch noch nicht in diesem Zug breken. Das sehe ich mir für mich. Ich bin bereit. Natürlich braucht jetzt Geduld. Ähm. Ich finde, ich dürfte eine gute Idee sein. Okay. Okay. So. Äh. Hören wir gerade halt nichts, wo ich ihm wirklich viel Schaden machen könnte. Äh. Schade eigentlich. Äh. Ja, das ist Wind. Traubenessenz. Ja, komm. Stürmischer Bruder. Stürmischer Bruder. Ne, Moment. Das war was anderes. Mh. 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 Bisschen ordentlich Schadenbrücken. Ok So Chester Und wie kommt der NBP an Harnit ab Danke Okay Und dann kommt... Nein, ich fahre bis hier unten Ja, weil gerade gegen Ich fahre gerade keine Schwäche, macht aber trotzdem Schaden ohne Ende So Okay, okay Okay Für 8 Runden? Ja Machen wir Machen wir Okay Oh, Mist, ich habe nicht auf Chester's Happer geachtet Shit Okay, das ist mein Fehler gewesen Das geht voll auf meine Kappe Äh, wäre der nächsten Zug 5 Mal dran? Ich denke nicht Ähm Na Runde, springen wir an Danke Und springen wir bitte nochmal an Danke Danke So Hm da haben wir den break den ich haben wollte und dann wird noch ein bisschen heilung gemischt richtig besser jetzt ist dein zu und in deinem zu wirst du klingt nach einem plan klingt nach einem plan geht man umsetzen bin ich hätte jetzt natürlich ordentlich gebüßt die feuersturm raushauen einfach für den schaden das sieht mir nicht so aus als würdest du dich ergeben wenn ich da mal so nach oben guck bescheidene zusammenstellung wobei eifeln harnit passt ok passt und harnit bekommt jetzt auch nochmal den löwentanz gut alles im roten bereich das ist schön das ist schon mal schön so es war leider eine runde zu viel break aber sollen wir jetzt mal gerne das sollen wir jetzt gerade mal die letzte wurscht sein so ähm spendest mal bitte deine bp an harnit so so um so so wenn wir jetzt mal hier den bunt heiltrauben für eine erste heilung dann heilen wir hier durch eine mische so so sehr schön damit sollten wir jetzt alles aushalten was wir uns gleich in den dünn schweißen will komm sehr schön ok kreuz sperr haben wir überstanden das ist gut schwärter haben wir mehr als genug du denkst Axt ist doch immer noch eine Schwäche die du gerne haben möchtest wenn du die Auffassung bist seh ich anders aber vielleicht seh ich das auch falsch keine Ahnung so äh Traube so gut jetzt machst du es mir richtig einfach so ok wir greifen ihn jetzt diese Runde nicht mehr mit irgendeiner Schwäche an äh ich bin auch sehr froh dass der letzte Treffer dort äh der letzte Schlag dort daneben gegangen ist ähm so wir werden ihn nicht mit einer Schwäche angreifen so äh so äh 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 die wollte ich ok ich bin zwar der Meinung dass ich es wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde aber sicher ist sicher ich bin bereit ich bin bereit und da kommt der letzte Ansatz perfekt So geht doch jetzt schwer schön 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 die blutung nicht schon wieder bist du in ordnung den gettern sei dank er atmet noch warte kurz das sollte für den augenblick reichen aber ich habe keine zeit zu verlieren ich muss ihn an einen trockenen ort bringen und die wunde versorgen ein paar tage später ach tim ein segen mein liebster tim ich verspreche dir dich nie wieder gehen zu lassen nie nie wieder ja was ist mein junge wer war dieser mann der mich gerettet hat tressa hat einfach mal 2300 gold gefunden ist klar einfach so lagen da rum stimmt ah das bärenhack bei will ich das haben aber ich werde so viel genauigkeit dadurch ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß doch nicht und bei alfin verliege ich so viel elementaren angriff ich denke mal eher nicht aktuell naja du gehst dann sofort wieder meine patienten sind wieder gesund meine arbeit hier ist getan ich möchte dich etwas fragen dann mach schnell mit dem ich das leben eines räubers gerettet habe habe ich das eines jungen in gefahr gebracht und schließlich tat ich was ich tun musste aber war es richtig war es zu naiv von mir so zu handeln meine gedanken drehen sich im kreis und ich kann immer noch keine ich kann noch immer keine antwort darauf finden das leben ist pure diskriminierung und das gilt auch für unsere arbeit wir müssen entscheiden was erhaltenswert ist und was nicht was erhaltenswert und was er entbehrlich ist nur hast du eine schlechte entscheidung getroffen und das ist alles es gab eine zeit in der auch ich ebenso wenig wederisch war wie du es war 10 Jahre lang wenn ich angefangen habe meine kraft ich war mit meiner Frau in einer kleinen Stadt ein Tag ein kriminein kam zu unserem Haus Ich wusste, was er war. 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 Er rief nach dem Mann, der ihn einst rettete, aber ohne Erfolg. Unsicheren Schrittes macht er sich auf den Weg nach Erzquell im Klippenland. Ich wusste, was er war. 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 Ich wusste, was er war.